Die Ultraschalldiagnostik spielt eine entscheidende Rolle bei der Früherkennung nicht nur von Brustkrebs, sondern auch von anderen Weichteilerkrankungen. Ärzte können jetzt mehr sehen und schneller heilen mit der R-Mode-Sonografie. Aber zunächst ein technischer Überblick über die konventionelle Sonografie. Die konventionelle B-Mode-Technologie ermöglicht eine genaue sonografische Abgrenzung von Weichteilen und Organen. Sonografisch undurchdringliche, kalkhaltige Objekte bewirken Artefakte, nämlich eine störende, nachfolgende Schallauslöschung. Rundige Gelenksflächen mit großen Dichteunterschieden stören die Ultraschallbildgebung erheblich. Bei der Darstellung von Zysten treten störende Wiederholungsechos und nachfolgende Schallverstärkungen auf. Die Abgrenzungen der Läsionen werden ungenau. Auch die Farbpower-Doppler-Sonografie verbessert nicht das diagnostische Verfahren. Zysteninhalt und Zysteninnenwände können nicht exakt beurteilt werden. Ein gravierendes Manko bei der Krebsfrüherkennung. Nun zur Innovation, nämlich zur R-Mode-Sonografie, ein weltweit neues, patentiertes Verfahren, das die sonografische Bildgebung entscheidend verbessert. Bei der R-Mode-Sonografie werden bestimmte Gewebstrukturen mittels NF-Wellen in Schwingungen versetzt. Beim Erreichen der Eigenresonanz der Gewebstruktur beginnt das zu untersuchende Objekt selbst monofrequent zu schwingen. Farbpower-Doppler-Sonografisch betrachtet wird zum Beispiel eine in Eigenresonanz schwingende Zyste nur zweifärbig dargestellt, da sie nur mehr in zwei Richtungen schwingen kann. Die Mikroresonanz-Läsionsdynamik ermöglicht neue sensationelle Ultraschalldiagnosen. Erstmals wird eine exakte Abgrenzung eines Zysteninhaltes gegenüber einem Zysten-Innenwand-Tumor artefaktfrei sichtbar. Nun folgen Anwendungsbeispiele für die R-Mode-Sonografie. Die exakte Abgrenzung von Innenwand-Tumoren beim Mama-Zysten ist mit der konventionellen Sonografie schwierig und teilweise unmöglich. Mit dem R-Mode-Verfahren wird hingegen die Abgrenzung von Zysten-Innenwänden einfach und rasch möglich. Resonanzfrequenzabhängige Rückschlüsse auf Zysteninhalte sind möglich. Da wir nur 16 Graustufen unterscheiden können, sind Gewebstrukturen mit geringen Dichteunterschieden oft kaum voneinander unterscheidbar. So kann die sonografische Bestimmung einer Krebsgröße erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Mit dem R-Mode-Verfahren werden Tumorgrenzen einfach bestimmbar. Muskelrisse führen zu erheblichen Blutungen bzw. Hämatomen. Die B-Mode-Sonografie ist nicht in der Lage, die Blutergussgrenzen von den lädierten Muskeln exakt abzugrenzen. Mit dem R-Mode-Verfahren werden die Blutergussgrenzen von den lädierten Muskeln einfach unterscheidbar. Nun zu den R-Mode-Sonografie-Fallbeispielen. Anwendung der R-Mode-Sonografie bei Brustkrebs Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Bei der Früherkennung spielt die Mammographie und die Mammasonografie eine entscheidende Rolle. Bei dichtem Drüsengewebe ist die Brustkrebserkennung und Brustkrebsgrößenbestimmung mammographisch und sonografisch äußerst schwierig und manchmal sogar unmöglich. Dazu ein Fall einer 66-jährigen Patientin Bei der Patientin findet sich eine tastbare Verhärtung im oberen äußeren Anteil. Mammographisch sieht man eine nicht exakt abgrenzbare Verdichtung im oberen äußeren Anteil. Somit besteht der dringende Verdacht auf einen neoplastischen Tumor. Da auf der Übersichtsaufnahme und auch bei näherer Betrachtung die Tumorgröße nicht bestimmt werden kann, muss unbedingt eine weitere sonografische Abklärung erfolgen. Die Innen- und Außenstrukturen des expansiven Prozesses können weder mit der B-Mod-Sonografie noch mit der Farb-Power-Doppler-Sonografie exakt differenziert werden. Kurz, die Struktur des Tumorzentrums und die Krebsausläufer sind nicht unterscheidbar. Die B-Mod-Videosequenz und die Farb-Power-Doppler-Sonografie Beweist die Problematik der exakten Strukturerkennung. Die neue Resonanz-Mod-Sonografie in Kombination mit der Farb-Power-Doppler-Sonografie kann die zentralen Tumoranteile gegenüber benachbarten Grenzflächen exakt bestimmen. Auch Tumor-Ausläufer werden einfacher sichtbar. Resümee Die Abgrenzung maligner Tumoren erfolgt via B-Mod und Farb-Power-Doppler-Sonografie ungenau. Das neue R-Mod-Verfahren ermöglicht erstmals eine genaue Zuordnung und Abgrenzung von unklaren Strukturen und von schwer unterscheidbaren Grenzflächen. Prospektiv wird die R-Mod-Sonografie die Früherkennung von Brustkrebs wesentlich verbessern. Je früher ein Brustkrebs sonografisch erkannt wird, desto größer sind auch die Brustkrebs-Heilungschancen. Anwendung der R-Mod-Sonografie bei Atherom der Mama Vor fünf Jahren bemerkte die 30-jährige, jetzt besorgte Patientin einen subkodan gelegenen, nicht schmerzenden, konstant wachsenden Tumor. Der ein Zentimeter große Knoten liegt im äußeren Anteil der rechten Mama. Anamnestisch tritt bei Druck aus der zentralen bohrenartigen Öffnung Talg aus. Somit erscheint die Verdachtsdiagnose eindeutig. Es besteht ein gutartiges Atherom der rechten Mama. Nun aber zur Mammografie. Mammografisch kommt der Knoten auf der CC-Aufnahme nicht zur Darstellung. Dieses Manko ist durch die Dichte des Drüsenkörpers bedingt. Auf der mediolateralen Aufnahme sieht man eine nicht exakt abgrenzbare Verdichtung im oberen äußeren Anteil, die im Kaudalenabschnitt unscharf abgegrenzt erscheint. Etwa ein Hinweis auf einen neoplastischen Tumor. Das Rätsel muss sofort sonografisch gelöst werden. Physikalisch bedingt stößt nun auch die konventionelle B-Mod- und Farbbauer-Doppler-Sonografie an ihre Grenzen. Die Frage bleibt wieder offen. Ist die Hinterwand der Läsion wirklich unscharf begrenzt, also mal liegen? Die R-Mod-Sonografie in Kombination mit der Farbbauer-Doppler-Sonografie löst schlagartig das Rätsel. Die Hinterwand der Läsion ist eindeutig scharf begrenzt, also ist die ursprüngliche Verdachtsdiagnose Atherom richtig. Die neue R-Mod-Sonografie kann erstmals physikalische Grenzen durchbrechen und strittige Grenzflächen unklarer Mama-Läsionen exakt analysieren. Der mammografische Verdacht auf ein neoplastisches Geschehen hat die R-Mod-Sonografie endgültig entkräftet. Die besorgte Patientin kann sofort beruhigt werden. Anwendung der R-Mod-Sonografie bei Hämatom Vor zehn Tagen hatte der 47-jährige Arbeiter einen Arbeitsunfall mit einer Steinplatte. Die herabstürzende Steinplatte verletzte die Innenseite des rechten Kniegelenkes und brachte dabei den Arbeiter zu Fall. Seit dem Trauma schmerzt zunehmend die verletzte, endurierte Knieinnenseite. Eine allfällige, sturzbedingte Seitenbandverletzung werden wir unter Durchleuchtung rasch abklären. Bei Abduktion des Unterschenkels tritt keine Erweiterung des lateralen Kniegelenkspaltes auf. Auch bei Abduktion besteht kein Aufklappen des medialen Gelenkspaltes. Ergebnis Der Patient hat intakte Seitenbänder. Auch die knöchernen Gelenksanteile sind unerfällig. Nun zur Weichteilschwellung Via Sonografie werden wir nun die erheblich schmerzenden, geschwollenen und verhärteten Knieweichteile näher abklären. Die B-Mode-Sonografie zeigt ein landkartenartiges, inhomogenes Areal mit unscharfer Begrenzung, in erster Linie einem nicht mehr frischen Hämatom entsprechend. Die Abgrenzung der organisierten und liquiden Hämatomanteile ist nicht via B-Mode und auch nicht in Kombination mit der Farbauer Doppler Sonografie exakt möglich. Der B-Mode kombiniert mit der Farbauer Doppler Sonografie bringt somit keine Zusatzinformationen für eine exakte sonografische Befunderstellung. Der Einsatz der R-Mode-Farbauer Doppler Sonografie erweitert schlagartig die dynamische Bildinformation. Nunmehr sind die Grenzen der liquiden und organisierten Hämatomanteile exakt voneinander abgrenzbar. Auch bei der sonografischen Untersuchung im Querschnitt besteht die gleiche Situation. Die B-Mode-Farbauer Doppler Sonografie bringt wieder keine nennenswerte Zusatzinformationen. Die R-Mode-Farbauer Doppler Sonografie zeigt sofort die dichte Unterschiede innerhalb des Hämatoms. Die eindeutige R-Sono-Diagnose. Es besteht ein teilweise organisiertes Hämatom, das erhebliche Schmerzen bereitet. Die angeschlossene MR-Untersuchung bestätigte die R-Sono-Diagnose. Es besteht ein subkutan gelegenes, drei Zentimeter großes, teilweise organisiertes Hämatom. Resümee Mit der R-Mode-Sonografie können auch ältere Hämatome, die bisher Probleme bereiteten, rasch entdeckt und exakt differenziert werden. Sonografische Extremsituationen entstehen an den Grenzflächen unterschiedlich dichter Medien. Die sonografische Bildgebung gerät in große Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel eine runde Bursa an eine gekrümmte Knochenoberfläche grenzt. In diesem Fall treten bei der B-Mode-Sonografie physikalisch bedingte Artefakte auf, die die Beurteilung stark beeinträchtigen oder unmöglich machen. Die R-Mode-Sonografie behebt erstmals dieses seit Jahrzehnten bekannte Problem. Dazu ein Fallbeispiel Anwendung der R-Mode-Sonografie bei Bursitis Anamnestisch schmerzt das linke Hüftgelenk und der linke Oberschenkel, insbesondere nach Spaziergängen. Die B-Mode-Sonografie Kann diese offenen Fragen, die für eine verlässliche Diagnose wichtig sind, nicht beantworten. Auch der Einsatz der B-Mode-Sonografie in Kombination mit der Farbbauer-Doppler-Sonografie enttäuscht, denn er bringt keinen Informationsgewinn für eine exakte Ultraschalldiagnose. Einen erheblichen Informationsgewinn bringt der Einsatz der R-Mode-Farbbauer-Doppler-Sonografie und beantwortet sofort die offenen Fragen. Die Echo-Armelision weist eine glattrandige Begrenzung auf und entspricht somit einer Bursitis. Ein solides Geschehen liegt nicht vor. Somit ist bewiesen, die innovative R-Mode-Farbbauer-Doppler-Sonografie bewährt sich in sonografischen Extremsituationen hervorragend und ermöglicht sensationelle Diagnosen, die bisher nicht möglich waren. Die vergleichende MR-Untersuchung bestätigte die seltene Diagnose Bursitis trochanterica mit einer Ausdehnung von 5 x 2 x 1 cm. Mehr Sehen ermöglicht bessere Diagnosen, rasches Heilen und schafft mehr Lebensqualität durch die Resonanz-Sonografie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017